wir haben vorletzte woche schon mal ein track von ihm gehabt kanani hat mich persönlich übertrieben abgeholt weil der kann halt rappen der kann der kann singen so die quali ist einfach richtig geil das ist das ist so ein bisschen bisschen so schade um diesen output der gerade kommt weil der einfach weil es so viel ist und so wenig leute das einfach mitbekommen dann scheiß drauf lasst geben dann ist besser dann oder vielleicht ein altes lied lieber du meinst hier samruschka nein nein samra samra müssen wir braten samra ist so ok ich würde sagen kanani wir lassen uns einfach mal wieder knacken freunde und ihr haut einfach mal raus wie ihr den findet okay ich bin mal gespannt was ihr sagt die videos sind auch immer voll die filme ne m der hat wieder mit produziert das mit wieder wie wieder wir lassen uns überraschen aber den letzten track habe ich mir sogar zweimal angeguckt weil das war so das war so blockbuster mäßig weiß ja nicht welcher treib hier gerade herrscht ja auch vielleicht bin ich auch im falschen film welcher web hier gerade herrscht aber wenn ich noch einmal sowas oder sowas ich hoffe das ist nach sitzen da hat er direkt ein hüschen gefunden und da haben wir so so wieder dieses o face kennt ihr das noch von früher das ist jetzt gehen wir genau im richtigen moment gestoppt da denkt sie gerade über den bruder hier nach vielleicht haben sie auch gerade so matrix mäßig ihr wisst schon hier in diesem büro finde dann setzt aber was aber ganz gewaltig und das kind auch für sie herr kanalig zu viel schon wieder so ein film alter schon wieder so ein film ich hoffe ihr habt das natürlich am start falls traurig hier wird er fängt direkt melodisch anfängt direkt an zu singen hatte eine partyboy buchse an bratan swag alter das ist weg das ist so ali g in der haus optik fühle ich alter bratan bratan muss das bisschen genießen alter ich finde auch so diese kerben in der augenbraue das ist halt so ein geiler look ne das ist wirklich so ich muss da jedes mal an ali g in der haus denken apache vibes on point ja das ist das ist echt so stark apache lastig ich habe letztes mal schon gesagt wir haben kurz überlegt an wen der der nette herr uns hier erinnert das ist irgendwie so apache in in trash alter aber apache hat ja auch so einen ganz interessanten eigenen look also man ich bin echt gespannt auf die nächsten jahre freunde der sonne abstimmung läuft swag ist halt auch so gute abend feierabend munke der grund warum apache in seinen videos rennt ist kanani bratan du sagst es kanani besser als apache ja ne also ich hab apache bester man jetzt wird es jetzt wird schwierig okay abstimmung läuft ich bin auch schon gespannt ich finde diese videos sind halt auch immer ultra die filme wir müssen herausfinden was mal was so das budget ist für die videos die da abgedreht werden ich finde die quali halt richtig krass dafür dass es halt new camera ist ballern die da übertriebens heftige qualität raus das ist halt echt super clean so videos wird anscheinend nicht gespart und deshalb finde ich das halt so ultra schade ich glaube dass er hat 14.000 klicks oder so das ist so richtig 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 schade man da blutet mein musikerherz alter apache von den texten richtig fanny ja wo salamu alaikum bratan der nette man hier ist wie heißt dieser film noch mal wo sie den ganzen tag hier so einen typen suchen den sie auf dem dach vergessen haben vielleicht kommen nicht drauf erinnert mich voll an ihr wisst ihr so wo ich meine wo auch mike tyson mitspielt und so ich komme nicht drauf ich habe da übelst die flashbacks alter ich habe vergessen wie der film heißt hangover ja man das ist doch der dude von hangover alter ja 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 geil der beste teil ist doch der erste teil ist auch der beste ist immer so groß wie die lobby kette hängt tief digga mob die wir sind bis 5 unter wirst und die sonne geht auf sitz auf alt kantaren hangover bad boy for life spürst du mein vibe dein leasingband zeigt du wärst gerne so reich fake streams heißt fake hype euer bind ich pass nicht rein besoffen in mein film sag spürst du mein vibe ich bin bad boy for life ohne scheiß das ist der typ von hangover alter das ist doch jetzt mal jetzt mal ohne scheiß was 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 haltet ihr von seiner stimmfarbe so stimmfarben technisch dass der dude aus der mediamarkt werbung wurde der beat von dave gemacht sieht so aus wie geht's kaschmar bratan sehr sehr gut sehr sehr gut wochenende zu kurz woche viel zu lang arbeitswoche du weißt immer das gleiche problem immer noch kein mercedes alter echt diese probleme die 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 belasten mich langsam er hat halt auch so dieses dieses starface also du guckst ihn an und dann das gesicht erinnerst du dich auf jeden fall geiles gesamtpaket alter gefällt mir richtig richtig gut finde ich als bm hörer ein bisschen zu weich aber erst gut erst echt gut ja ja man ohne scheiß so die die gerade so ein bisschen vielleicht bisschen genervt sind von stoff ticken stoff drücken dies das ja und die wenn die gerade sagen zu viel straße alter dann kann man sich das gerne geben ja bisschen abwechslung bisschen gut life feeling bisschen bisschen flexen bisschen kopf entspannen ja nice so gefällt mir das jetzt fehlt noch dass die frau daneben so so nackt so halb nackt so voll fertig so auf ihrem schreibtisch liegt alter dann hätte ich gefeiert also dann dann hätte ich gesagt vor video junge ja geil okay unser erstes ding für heute brauche ich drücke dem kanal ja auf jeden fall übertrieben die daumen walter ich schwöre ich hoffe der geht spätestens nächstes jahr voll durch die decke also meine sympathie hat er blä 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 zu lübert dann wir drücken die daumen community liebt dich ich hoffe wir sehen mehr von dir Vielen Dank.